Seien wir mal ehrlich, wann warst du das letzte Mal glücklich, als du durch solch eine Fehlermeldung hier gestrollt hast? Programmiersprachen sind häufig kompliziert und nur zu oft verstehen wir sie nicht richtig, gerade wenn wir am Anfang sind. Auf der anderen Seite gibt es da Emojis. Es gibt so viele Emojis da draußen und wir alle lieben sie. Nachrichten ohne Emojis klingen häufig einfach nicht glücklich. Und seien wir mal ehrlich, bist du glücklich, wenn du zum zehnten Mal solch eine Fehlermeldung hier siehst? Wie sieht es hiermit aus? Wenn du diesen Kanal schon etwas länger verfolgst, dann weißt du, dass es da draußen unzählige Programmiersprachen gibt. JavaScript, C++, Python, Dart, PHP, C, Java und so weiter und so fort. Ich könnte diese Liste ewig weiterführen. Heute gucken wir uns allerdings etwas viel Fundamentaleres an. Wir gehen sozusagen an die Anfänge der Geschichte und gucken uns an, wie dort die Kommunikation stattgefunden hat. Wenn wir uns alte Schriftzüge angucken, zum Beispiel von den Ägyptern, dann sehen wir, dass hier hauptsächlich mit Zeichen kommuniziert wird und nicht mit Text. Hier werden jede Menge Hieroglyphen angezeigt. Und genau solch eine Art der Kommunikation schauen wir uns heute an mit der heutigen Programmiersprache. Die Programmiersprache, die wir uns heute zusammen anschauen werden, heißt Emoji-Code. Und ja, diese Programmiersprache basiert wirklich nur auf Emojis. Hier siehst du bereits das einfachste Programm, was in dieser Sprache möglich ist, nämlich Hello World. Ein Programm, was einfach nur den Schriftzug Hello World anzeigt. Und wie du siehst, arbeiten wir hier wirklich nur mit Emojis. Man muss natürlich in die Dokumentation gucken, um alles über die Sprache herauszufinden. Aber wir sehen hier auch so schon eigentlich ganz gut, wie das Programm aufgebaut ist. Mit solch einer Flagge hier wird ein Programm gestartet, mit der Melone wird es beendet und ABC steht offensichtlich dafür, um Text darzustellen. Außerdem haben wir hier noch diesen Smiley und der ist wahrscheinlich dafür da, um etwas zu sagen. Und auch wenn dieses Video hier am 1. April natürlich mit einem Augenzwinkern zu sehen ist, kannst du hier doch einiges lernen. Wir gucken uns nämlich genau an, wie du mit einer neuen Programmiersprache startest, wie du die Dokumentation einer Programmiersprache durchliest und wie du die notwendige Software für jede Programmiersprache auf deinem Computer installierst. Das funktioniert nämlich meistens ziemlich ähnlich. Im ersten Schritt wollen wir natürlich die Programmiersprache auf unserem Computer installieren. Und dafür gehe ich hier einfach mal auf Install Emoji Code 1.0 und drücke da drauf. Und hier steht auch schon, wie das Ganze funktioniert. Wir können hier eine Version auswählen. Da nehmen wir natürlich die neueste, ein Betriebssystem und hier einen Downloader. Und hier haben wir auch schon das erste Problem. Das Ganze ist nur für Mac und für Linux möglich. Das heißt nicht für Windows. Wenn du jetzt Windows Nutzer bist, ist das kein Problem, denn jedes Windows hat auch ein standardmäßiges Linux mit dabei. Das sogenannte WSL Windows Subsystem für Linux. Dafür drückst du einfach auf die Windows Suche und tippst hier Features ein. Hier wählst du Windows Features aktivieren oder deaktivieren. Wähle hier Windows Subsystem für Linux aus und drücke auf OK. Öffne den Microsoft Store. Suche Ubuntu. Klicke auf Version 20.4 oder Neuer. Und drücke auf Installieren und dann später auf Öffnen. Hier hast du jetzt eine Shell, wo du Befehle eingeben kannst. Am besten wechselst du noch in den Administrator-Modus, damit du bei der Installation gleich keine Probleme bekommst. Dafür gibst du hier einfach sudo, Leerzeichen, su ein und drückst auf Enter. Dann gibst du noch dein Passwort ein und anschließend werden alle Befehle, die du hier eingibst, als Administrator ausgeführt. Hier wählen wir jetzt Linux aus. Und jetzt müssen wir diesen Code einfach nur noch kopieren und ausführen. Enter. Hier in y. eintippen und weiter. Passwort natürlich eingeben. Nochmal y und fertig. Emoji Code was successfully installed. Und jetzt können wir uns auch schon unser erstes Programm anlegen. Hier steht auch, wie solch ein Programm aussehen soll. Und dafür muss man jetzt minimal Linux verstehen. Denn wir sollten einfach eine Textdatei anlegen, wo dieser Inhalt hier drin ist. Das Ganze können wir jetzt allerdings wieder mit Windows und mit VS Code machen. Falls du VS Code noch nicht installiert hast, google einfach nach VS Code Download und dort kannst du auf code.visualstudio.com direkt das Ganze herunterladen. Und zwar für alle Plattformen. Nachdem du VS Code installiert hast, sieht das Ganze so aus. Eine Umgebung, wo wir unseren Code schreiben können. Wir gehen jetzt hier oben einfach auf File und dann auf Open Folder. Hier kannst du jetzt den Ordner auswählen, wo du dein Projekt anlegen möchtest. Bei mir ist das der Ordner c.dev.youtube. Und hier lege ich mir jetzt einfach einen neuen Ordner für mein Emoji Code Projekt an und nenne das Ganze Emoji Code. Den Ordner wähle ich jetzt einfach aus und hier kann ich jetzt meine Dateien erstellen. Dafür kann ich hier einfach rechts klicken und New File auswählen. Die Dateien nenne ich jetzt einfach wie im Beispiel hello.emoji.c. Und hier füge ich jetzt einfach mein Startprogramm von der Dokumentation ein, nämlich dieses hier. Und dieses wunderschöne Programm, das möchte ich jetzt natürlich ausführen. Und dafür gehe ich hier oben auf Terminal und sage New Terminal, denn wir müssen diese Programmiersprache mit dem Terminal ausführen. Und das Gute ist, dass ich das jetzt hier nicht nur unter Windows ausführen kann, sondern ich kann hier auch auf diesen File gehen und kann hier jetzt mein neu installiertes Ubuntu auswählen. Da klicke ich einfach drauf und dann habe ich hier ein Ubuntu Terminal. Das heißt, all die Befehle, die ich jetzt hier eingebe, sind Linux Befehle. Das heißt, ich schaue jetzt in der Dokumentation nach, wie ich ein Programm kompiliere, nämlich so. Kompilieren heißt, dass ich das Ganze letztendlich umwandle in eine Sprache, die von meinem Betriebssystem dann direkt ausführbar ist. Ich führe diesen Befehl hier aus. Das heißt, ich haue jetzt meine Datei, die ich gerade erstellt habe, in den Compiler der Programmiersprache Emoji-Codec. Wir sagen also, dass wir mit Emoji-Codec jetzt unser hello.emoji.c umwandeln wollen. Wenn wir diesen Fehler haben, dann muss man einfach schnell die Fehlermeldung googeln und da wird man dann relativ schnell herausfinden, dass man vorher, wovon man starten kann, noch diesen Befehl hier ausführen muss. Nach der Installation probieren wir unser Glück nochmal. Und das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Also, der Compiler wird ausgeführt. Hier kriegen wir allerdings direkt einen super süßen Error und zwar Unexpected Token Variable. Und was ich jetzt in diesem Fall gemacht habe, ist, dass ich es einfach nochmal kopiert habe von der Internetseite und eingefügt. Wahrscheinlich habe ich da eben noch ein komisches Zeichen mit ausgeführt. Dann kriegen wir hier eine weitere Fehlermeldung und zwar steht hier sh.1.c++ not found. C++, das sollte man wissen, das ist eine Programmiersprache, die hier vermutlich irgendwie verwendet wird. Entweder als Compiler oder das Ganze wird irgendwie in C++ umgewandelt im Hintergrund durch den Compiler. Und was wir jetzt machen, ist, einfach mal in die Dokumentation als erstes natürlich zu gucken. Und hier steht auch schon, was das Problem ist. Und zwar steht hier, dass wahrscheinlich der C++ Compiler nicht gefunden werden konnte und dass der so exportiert werden muss. Aber wir wissen ja, wir haben noch gar keinen C++ Compiler. Und den müssen wir erst einmal installieren. Das Gute ist, dass man unter Linux extrem einfach so etwas installieren kann. Hier steht auch schon, welchen wir am besten nehmen sollten und zwar Clang++. Und das Ganze kann man einfach mit sudo apt install und der Name des Programmes installieren. Vermutlich heißt es einfach Clang. Wenn wir das hier nicht finden, dann müssen wir einfach googeln. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wenn du solche Fehler hier kriegst, solltest du übrigens kurz sudo apt get update und danach sudo apt get upgrade ausführen. Und anschließend jetzt nochmal den Installationsbefehl für Clang ausführen. Und zack. Und nachdem wir das Ganze jetzt gemacht haben, probieren wir einfach noch einmal zu kompilieren. Und wir sehen, dass jetzt das Ganze durchgeführt wurde. Und dass wir jetzt hier zwei neue Dateien haben. Einmal eine hello.o-Datei und dann eine Datei, die einfach nur hello heißt. Und diese hello-Datei, die können wir jetzt ausführen. Wie können wir die ausführen? Das wird auch hier beschrieben, wie wir das Ganze machen. Und zwar sagen wir einfach . slash hello. Und damit führen wir unser Programm aus. Das heißt, jetzt haben wir die Installation abgeschlossen. Jetzt haben wir unser erstes kleines Mini-Programm geschrieben. Kompiliert, also dass es umgewandelt wird in eine ausführbare Datei. Und diese dann gestartet, indem wir einfach den Namen der Datei hier mit . slash eingegeben haben. Das heißt, die Installation ist jetzt abgeschlossen. Und nun können wir uns an das eigentliche Programmieren machen. Nachdem wir jetzt endlich alles zum Laufen bekommen haben und unsere Programme mit Emoji-Code schreiben können, würde ich sagen, lass uns doch direkt loslegen. Wir haben ja im letzten Schritt die Installation hier durchgemacht. Und nun müssen wir eigentlich nur hier auf Compile and Run Your First Program drücken. Und hier wird jetzt genau beschrieben, wie wir unser erstes Programm durchführen. Oder wie wir das Ganze schreiben. Das heißt, wir müssen natürlich erst einmal die Syntax lernen. Und das wird hier auch wirklich sehr gut in der Dokumentation beschrieben. Hier steht nämlich erst einmal, wie ein Programm anfängt. Ein Programm fängt nämlich immer an mit dieser Startflagge hier. Das heißt, immer wenn wir ein Programm schreiben, egal was für ein Programm wir schreiben, brauchen wir erst einmal diese Startflagge. Und das ist tatsächlich etwas, was wir in sehr, sehr vielen Programmiersprachen haben. Super häufig muss man erst mal sagen, dass das Programm überhaupt startet. Python und JavaScript sind da die große Ausnahme. Aber wenn du zum Beispiel mal das C++ Tutorial oder das Java Tutorial auf diesem Kanal hier geguckt hast, dann wirst du sehen, dass damit überhaupt ein Programm geschrieben werden kann, erst einmal schon jede Menge Code vorhanden sein muss. Hier ist es einfach die Startflagge. Damit wir alle ein bisschen besser sehen können, habe ich jetzt mal die linke Seite hier ein bisschen größer gemacht. Und auf der rechten Seite sehen wir gleich unser Programm, was wir ja eben bereits geschrieben haben. Und auch hier sehen wir übrigens diese Startflagge. Danach muss man immer einen Block an Code definieren. Und ein Block fängt immer an mit dieser Weintraube hier und endet immer mit der Melone. Ja, das heißt, alles, was wir an Code schreiben, muss immer in so einem Block, der hiermit anfängt und hiermit endet, zusammengefasst werden. Und danach ist der Code, das sieht man auch hier immer so im Zweizeichen, eingerückt. Damit haben wir schon mal die grundlegende Struktur eines Programmes besprochen. Und danach geht es eigentlich hier auch gleich weiter. Und das sieht schon so ziemlich aus wie unser Hello World Programm. Was wir immer als erstes brauchen, um Text anzuzeigen auf unserer Kommandozeile, ist dieser lachende Smiley hier. Den haben wir hier auch, damit wir Text anzeigen können. Und einen Text, den müssen wir immer zwischen dieses ABC, ABC packen. Das ist sehr ähnlich zu anderen Programmiersprachen. Da müssen wir auch beispielsweise das Wort Echo sagen oder das Wort Print oder Konsole.log in JavaScript zum Beispiel, um etwas anzuzeigen. Und danach müssen wir in Anführungszeichen sagen, was wir anzeigen wollen. Das heißt, zum Beispiel würde ich in JavaScript sagen, Konsole.log Hello World. Oder in beispielsweise Python würde ich sagen, Print Hello World. Statt diesen Console.log oder statt diesem Print sagen wir hier einfach, dass wir so ein Smiley verwenden. Und statt diesen Anführungszeichen sagen wir hier, dass wir dieses ABC verwenden. In JavaScript ist es noch so, dass man Befehle immer mit einem Semikolon beenden muss. Das wirst du auch in vielen anderen Programmiersprachen, wie beispielsweise in C++ oder in Java sehen. Hier ist es so, dass Befehle immer mit einem Ausrufezeichen beendet werden. Bei Python hast du den Vorteil, dass du das nicht machen musst. Hier kannst du das einfach so schreiben. Schauen wir mal weiter, was hier noch so in der Dokumentation erzählt wird. Hier steht, dass wir das Ganze natürlich installiert haben müssen. Aber das haben wir im letzten Schritt ja schon gemacht. Wenn ich hier ein bisschen weiter runter gucke, wird nochmal alles erklärt, was wir gerade schon durchgesprochen haben. Und jetzt wird es interessant. Wir wollen uns hier eine Liste definieren. Eine Liste ist letztendlich eine Kombination von mehreren Wörtern. Wir wollen ja häufig sowas wie eine To-Do-Liste oder eine Vokabelliste und so weiter definieren. Und immer wenn wir das machen wollen, müssen wir halt mehrere Wörter in einer Variable speichern. Und das machen wir auch hier. Wir sagen erstmal, dass wir überhaupt so eine Liste definieren wollen mit diesem Popcorn hier. Und hier unten steht auch, die Liste muss immer zwischen dem Popcorn und dieser Aubergine hier stehen. Das heißt, unser Befehl fängt an hier mit einem Popcorn und endet mit einer Aubergine. Und dazwischen schreiben wir jetzt einfach beliebig viele Wörter. Und die müssen halt immer wieder, so wie in anderen Programmiersprachen auch, als String, also als Text markiert werden. Und das machen wir hier, indem wir einfach sagen ABC, ABC. Wie gesagt, woanders wäre das Anführungszeichen, Anführungszeichen. Das heißt, wir definieren uns hier erst einmal eine Liste. Das Ganze können wir jetzt auch mal hier rüber kopieren, wenn wir lustig sind. Dafür mache ich mal die rechte Seite wieder etwas kleiner. Und diese Liste, die müssen wir jetzt noch in einer Variable speichern. Und die Variable heißt hier einfach List. Und die Zuweisung an die Variable geht so mit einem Pfeil. Ja, bedeutet, wir schreiben das Ganze jetzt hier auch einfach so rein und sagen, dass wir eine Variable haben namens List. Und da wird das Ganze reingespeichert. Wenn wir JavaScript hätten, würden wir schreiben LetList gleich. So definiert man eine Liste. Und hier kommt jetzt zum Beispiel rein Hey, Ausrufezeichen, Hi, Ausrufezeichen und so weiter. Ja, und hier kann man natürlich auch doppelt oder einzelne Anführungszeichen nehmen. Das ist komplett egal. Also, auch hier wird eine Liste definiert. Und diese Liste wird mit dem Gleichzeichen der Variable zugewiesen mit dem Namen List. Und hier oben passiert genau das Gleiche. Nur die Syntax ist halt jetzt ein bisschen anders. Und das ist auch eine ganz wichtige Lektion. Wenn du viele Programmiersprachen lernst, dann wirst du mit der Zeit merken, dass sich zwar die Syntax unterscheidet, dass es aber Konzepte in vielen, vielen Sprachen immer wieder gibt. Jetzt schauen wir noch mal ein bisschen weiter runter, was noch so möglich ist. Denn wir wollen natürlich auch auf ein einzelnes Element aus dieser Liste zugreifen und das Ganze anzeigen. Und das geht so mit dieser Schweinsnase hier und der Befehl endet mit dem Ausrufezeichen. Das heißt, zwischen die Schweinsnase und dem Ausrufezeichen packe ich jetzt den Namen meiner Liste und dann den Index von dem Element, auf das ich zugreifen möchte. Das heißt, wenn ich auf das 0. Element meiner Liste hier zugreifen möchte, also das Hey, dann muss ich hier einfach sagen, List 0 und das Ganze halt mit dem Schwein. Das heißt, das Ganze, was ich jetzt markiert habe, wird aufgelöst zu dem Wort Hey. Und dieses Wort Hey, das wollen wir anzeigen auf unserer Kommandozeile und zwar so. Das bedeutet, ich kann das jetzt einfach mal bei mir rein importieren und nachdem ich das Ganze gemacht habe, kann ich das auch gleich mal kompilieren. Dafür sage ich jetzt hier einfach den Befehl, den wir eben auch schon hatten. Ich mache es mal ein bisschen kleiner, damit wir hier etwas mehr sehen. Und hier muss ich jetzt einfach eingeben, Emoji-Codec Hello, um mein Programm mit dem Namen Hello.Emoji wieder zu kompilieren. Übrigens ist es so, dass ich die Dateiendung auch anders machen kann und zwar einfach mit dieser Weintraube hier. Und das ist eigentlich noch viel mehr so gewollt. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Dateiendung zu machen, weil manche Betriebssysteme das nicht unterstützen. Aber ganz oben stand auch noch, dass das hier natürlich das ist, was gewünscht ist. Und deswegen würde ich das jetzt auch einfach mal so machen. Und wir können ja auch mal probieren, ob wir das hier genauso umsetzen können. Und ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Wenn ich jetzt hier schreibe Hello.Emoji-Codec, dann wird das Ganze genauso umgewandelt. Und jetzt können wir diese neu kompilierte Version von Hello wieder ausführen. Dafür schreibe ich einfach .hello. Und wir erwarten jetzt hier, dass auf unserer Kommandozeile das 0. Element angezeigt wird aus unserer Liste. Also hey, Ausrufezeichen. Und das hat ja auch wunderbar geklappt. Wenn ich jetzt hier beispielsweise eine 2 reinpacke, dann greifen wir auf das zweite Element zu, also auf Howdy. Denkt daran, wir fangen bei 0 an zu zählen. Also ist das hier das zweite Element. Ich kompiliere mein Programm jetzt einfach nochmal und führe es noch einmal aus. Und wir sehen, dass jetzt hier Howdy angezeigt wird. Also das Ganze hat jetzt schon mal wunderbar geklappt. Und schauen wir weiter, was es noch so gibt. Denn wir können natürlich mit der Programmiersprache hier noch um einiges mehr machen. Besonders cool ist das hier. Ich weiß nicht, ob das eine Maus ist, aber mit diesem Befehl können wir unsere Liste durchwürfeln. Das heißt, wenn ich diesen Befehl hier zu unserer Liste hinzufüge, dann ist es so, dass die Reihenfolge der Liste, die ich hier oben definiert habe, durchgewürfelt wird. Das heißt, wenn ich jetzt das nullte Element aus meiner Liste hier anzeige, dann ist es so, dass hier immer ein zufälliges Element aus der Liste angezeigt wird. Das heißt, ich kompiliere das Ganze jetzt noch einmal und kriege da gleich erstmal einen Fehler. Und zwar steht hier Cannot Modified Constant Variable List. Das heißt, wir haben das Ganze hier wohl offensichtlich als Konstante definiert. Eine Konstante ist eine Zahl oder eine Variable, die immer gleich ist und die sich nicht ändert. Ja, sowas wie Pi zum Beispiel. Pi ist eine Konstante und das ist immer 3,1415 und so weiter. Dementsprechend müssen wir das jetzt irgendwie als Variable, die wir ändern können, definieren. Und das Gute ist, das steht hier auch gleich, was wir machen müssen. Offensichtlich brauchen wir diese beiden Dinger hier noch. Ja, das haben sie hier noch hinzugefügt. Das heißt, ich kopiere mir jetzt diese beiden Emojis hier mit rein und dann führen wir unser Programm einfach normal aus. Und das Ganze ist jetzt offensichtlich auch durchgelaufen und jetzt wird hier ausgegeben, Howdy! Und jedes Mal, wenn ich jetzt mein Programm ausführe, wird hier immer wieder eine andere Begrüßung ausgewählt. Und das ist schon ziemlich cool. Das heißt, wir haben jetzt schon unser erstes Programm geschrieben, was zufällige Beiträge aus dieser Liste hier rausgibt. Und da könnte man jetzt schon was Lustiges mit machen. Man kann hier zum Beispiel verschiedene Witze reinschreiben und könnte dann sagen, dass immer ein anderer Witz ausgegeben wird. Oder man könnte einen digitalen Würfel programmieren, der immer eine Zahl zwischen 1 und 6 ausgibt und so weiter und so fort. Also da haben wir jetzt schon einige Anwendungsfälle. Und damit können wir jetzt weitermachen. Das heißt, wir gehen jetzt hier weiter nach unten und gucken, was hier noch so passiert. Und wow, das sieht jetzt wirklich schon ein bisschen komplexer aus. Ist aber eigentlich auch relativ easy, wenn man es sich genau anguckt. Hier wird jetzt eine Liste entwickelt, die zwei Einträge hat. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Dictionary. Wir haben immer auf der linken Seite zum Beispiel Französisch und dann auf der rechten Seite das Wort auf Französisch, Italienisch und Deutsch und so weiter und so fort. Also wir speichern hier jetzt ein paar Tupel und nicht mehr einzelne Werte. Und das Ganze ist natürlich auch schon ziemlich cool, denn damit könnte man zum Beispiel schon sowas wie eine Vokabel-App oder sowas machen oder ein Kontaktbuch machen, wo wir links immer den Kontakt haben und rechts die Telefonnummer und so weiter und so fort. Und das Ganze können wir uns ja auch als Beispiel einfach mal in unser Programm hier kopieren. Damit wir damit arbeiten können, müssen wir natürlich auch noch etwas anzeigen und das wird auch hier etwas weiter unten angezeigt. Hier steht zum Beispiel, dass wir jetzt auf unser Dictionary zugreifen wollen und da auf das deutsche Wort. Das hier wird also wieder aufgelöst und anstatt, dass wir hier jetzt so wie vorher einfach 0 reinschreiben, schreiben wir jetzt DE rein. Damit weiß unser Dictionary, dass wir auf diesen Eintrag hier zugreifen wollen. Und dieses Ergebnis, das was hier rauskommt, das weisen wir dann einfach der Variable Greeting zu. Und diese Variable Greeting hat jetzt also den Wortlaut hier Guten Tag und diesen Wortlaut, den wollen wir jetzt hier unten ausgeben. Und ich würde sagen, das Ganze testen wir auch einfach mal. Ich kopiere mir das einfach hier rein, cleare wieder meine Konsole. Das mache ich übrigens immer mit STRG L und sage hier jetzt einfach, dass ich das Ganze wieder kompiliere und wieder ausführe. Und hier steht jetzt Guten Tag. Und ich muss echt sagen, mit den ganzen Emojis fühlt sich das Ganze schon echt ganz witzig an. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man das dann später selber tippen muss mit seiner eigenen Konsole, aber ansonsten ist es echt schon ganz cool. Wenn wir jetzt hier nochmal ein bisschen weiter schauen, sehen wir auch nochmal ein krasseres Beispiel. Und zwar ist es jetzt nicht mehr so, dass hier das Wort DE eingegeben wird, sondern mit diesem ARX 1 kriegen wir immer das, was wir auf unserer Tastatur eingeben. Das heißt, wenn ich jetzt DE eintippe auf meiner Konsole, dann kriege ich die deutsche Übersetzung. Wenn ich EN eintippe, kriege ich die englische Übersetzung und so weiter und so fort. Also letztendlich haben wir, wenn ich das hier richtig sehe, nur eine einzige Änderung. Und zwar, dass hier jetzt nicht mehr DE steht, sondern Moment, dieser Teil. Ich füge das hier mal ein. Wir ersetzen also DE durch das hier, ARX 1. Und das hier wird immer umgewandelt zu dem, was wir eingeben. Wir kompilieren das Ganze jetzt noch einmal. Und da haben wir jetzt offensichtlich ein kleines Problem, denn wir müssen vorher auch noch unsere ARX definieren. Und das macht man mit dieser tollen Zeile hier. Das hier bedeutet, dass wir auf die Eingabe von unserer Tastatur lauschen und das Ganze der Variable ARX zuweisen. Also führen wir das Ganze noch einmal aus und das hat schon mal geklappt. Und jetzt steht hier Program Panicked Index Out of Bounds. Und da muss ich sagen, das ist auch einfach so gut, wenn man einen Programmierfehler oder einen Bedienungsfehler in diesem Fall macht, dass hier halt einfach so ein lustiger Emoji angezeigt wird und dann hier noch so eine Schnecke und so weiter und so fort. Was ich jetzt hier natürlich machen muss, ist hinter dem Hello noch etwas anzugeben. Zum Beispiel DE, dann wird hier angezeigt Guten Tag oder EN, dann wird hier angezeigt Hey oder Spanisch und dann wird hier angezeigt Ola und so weiter und so fort. Hups, ja, muss natürlich Hello ES eingeben und so weiter und so fort. Ja, also das ist auch nochmal echt ziemlich cool, dass ich jetzt hier irgendetwas eingeben kann in mein Programm und je nachdem, was ich eingebe, wird halt immer etwas anderes angezeigt. Und damit haben wir jetzt echt schon eine ganze Palette an coolen Befehlen in dieser Sprache kennengelernt und damit kann man jetzt auch schon einiges machen. Das heißt, ich könnte mir jetzt schon mal sowas wie einen Vokabeltest damit beispielsweise programmieren, wo ich beispielsweise einfach etwas eingeben muss und da wird dann etwas anderes für ausgegeben. Okay. In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit Packages. Packages ist ein essentielles Konzept, was es in nahezu jeder Programmiersprache gibt. Und das bedeutet einfach, dass wir uns Pakete an Code in unseren Code importieren. Ja, denn wir schreiben niemals alles von Null, sondern Sachen, die eigentlich nahezu immer gemacht werden, die importiert man sich einfach aus Packages. Und solch ein Package, das installieren wir jetzt einmal zusammen. So wie alles bei Emoji-Code ist natürlich kein Package, was jetzt unbedingt Pflicht ist, sondern wieder etwas Lustiges und zwar der Cat Simulator, also der Katzen Simulator. Und wenn wir hier durch das Tutorial gucken, dann steht hier auch schon ganz genau, was wir machen müssen. Ich mache mal wieder meinen Code auf die eine Seite und die Tutorial-Seite hier auf die andere Seite und was wir als erstes brauchen, das steht hier auch schon, ist Yarn. Also installieren wir jetzt im ersten Schritt Yarn unter Ubuntu und das geht auch ganz einfach und zwar sagen wir einfach sudo apt install yarn. Yarn ist ein sogenannter Package Manager. Ein Package Manager ist dafür da, dass ich jetzt einfach gleich in meiner Kommandozeile schreiben kann yarn install und dann kann ich mir das Package installieren, was ich gerne haben möchte. Hier steht auch schon, wie wir unser Programm erstellen können und zwar einfach so. So, diesen Code importieren wir jetzt einmal und dann sprechen wir hier durch, was hier passiert. Wir importieren uns im ersten Schritt ein Package und deswegen ist auch das Symbol, was wir hier am Anfang verwenden, ein Paket. Wir importieren uns ein Paket an Code in unser Programm rein, ja, in unser Haus sozusagen, da wo wir arbeiten. Und erst danach fängt hier wieder unser Programm an und hier fängt jetzt unser Block an Code an. So, und was wir jetzt hier machen können, ist einfach zu sagen new cat, ja, wir legen eine neue Katze an und beenden den Befehl und dann speichern wir die Katze, die wir angelegt haben, hier in einer Variable namens Katze. Und danach führen wir das hier aus. Was diese Teile hier genau macht, das werden wir gleich sehen. Wir müssen jetzt natürlich, damit wir dieses Package hier verwenden können, erst einmal das Package herunterladen und installieren. Und das macht man, wie gesagt, mit diesem Yarn, ja, Package Manager gibt es jede Menge. Wir haben eben auch einen Package Manager verwendet, um den Package Manager Yarn zu installieren, nämlich dieses apt install, ja, was wir jetzt schon öfter gesehen haben. Das hier ist der Package Manager von Ubuntu, den wir hier verwenden, also unserem Betriebssystem. Und jetzt gibt es halt den Package Manager, um für unsere Programmiersprache extra Packages zu installieren. Und das gibt es in nahezu jeder Programmiersprache. Bei Python heißt er zum Beispiel pip oder bei JavaScript heißt er Standard Package Manager npm. Yarn gibt es da allerdings auch. Wir legen uns jetzt erstmal eine Konfigurationsdatei an, um Yarn zu verwenden und die muss .yarn.rc heißen. Das hier ist einfach ein Befehl, um diese Datei direkt zu generieren. Können wir auch ausführen und dann sehen wir gleich, wie diese neue Datei hier erstellt wird und dass da auch der Inhalt drin ist. Und erst nachdem wir das gemacht haben, können wir jetzt dieses Yarn Add Cat Simulator aufrufen, um unseren Cat Simulator zu installieren. Wenn wir das jetzt hier ausführen, bekommen wir mal wieder einen Fehler. Und das ist etwas, da musst du dich einfach dran gewöhnen, wenn du mit dem Programmieren anfängst. Du machst alles genauso wie im Tutorial und trotzdem wirst du andauernd Fehler bekommen. Ja, das gehört einfach dazu und deswegen solltest du niemals sagen, ich habe es genauso gemacht wie im Tutorial, sondern einfach mal analysieren, woher der Fehler kommt und einfach mal rangehen, diesen Fehler zu lösen. Und was ich jetzt hier machen würde bei solch einem Fehler, ist einfach mal auf das Plus hier oben zu drücken und bei Google genau diese Fehlermeldung einzugeben. Und wenn ich das mache, dann komme ich fast immer auf Stack Overflow und garantiert hat vor mir schon mal jemand dieses Problem hier gehabt. Genau das. Und jetzt können wir hier runtergehen und einfach genau das Gleiche machen, was die Person hier gemacht hat. Ja, das heißt, ich führe jetzt einfach all diese Befehle hier aus und entferne einfach mal die Sachen, die hier anscheinend das Problem machen. Also ich entferne jetzt Yarn wieder von meinem System und danach installiere ich es einfach wieder neu, allerdings von einem anderen Package oder von einer anderen Location. Also wir kopieren hier echt einfach ganz stumpf hintereinander alle Befehle rein. Und jetzt führen wir einfach, nachdem wir alle Befehle hier ausgeführt haben, nochmal unser Yarn Add Cat Simulator aus. Und wir sehen, das Ganze sieht hier schon um einiges, einiges besser aus. Und hier passiert jetzt richtig Action. Hier wird nicht nur etwas heruntergeladen, das sieht man hier, sondern hier entsteht jetzt plötzlich auch ein neuer Ordner namens Packages. Und hier ist jetzt der Code, der gerade aus dem Internet heruntergeladen wurde, drin. Ja, den müssen wir uns auch gar nicht angucken. Wir können hier natürlich reingucken und gucken, wie das Package hier entwickelt wurde. Ja, ist ja offensichtlich auch nicht so groß, wenn ich das hier so sehe. Aber ansonsten können wir es einfach akzeptieren. Okay, wir haben jetzt hier eine neue Datei, wo drin steht, welche Dependencies, also welche Packages heruntergeladen wurde. Und außerdem haben wir einen neuen Ordner namens Packages und da sind die halt alle drin. Und nun können wir diesen Cat Simulator hier höchstwahrscheinlich verwenden. Das heißt, ich würde sagen, wir kompilieren das ganze Ding jetzt einfach mal. Und anschließend führen wir unser Programm hier aus. Zack. Und wir sehen hier, was der Cat Simulator macht. Er schreibt einfach Miau. Also richtig cooles Ding. Ja, cool, dass es klappt. Wir haben jetzt ein Programm geschrieben, was ein Package importiert namens Cat Simulator. Und alles, was es hier bei diesem Aufruf macht, ist, dass es Miau auf der Kommandozeile anzeigt. Auf jeden Fall super witzig und süß. Und jetzt hast du verstanden, wie solch ein Package funktioniert. Eine der grundlegendsten Sachen bei der Programmierung ist natürlich If und Else. Also wenn und wenn nicht. Und genau das gibt es natürlich auch bei Emoji Code. Und das würde ich sagen, schauen wir uns nochmal an. Dafür gibt es natürlich auch wieder ein Emoji. Und zwar einmal das If und dann diesen Typen, der einfach so macht, wenn es doch nicht der Fall ist. Und hier gibt es jetzt mal ein ganz leichtes Beispiel. Wenn A größer ist als B, dann sagt er hier, A ist größer als B. Und wenn nicht, haben wir auch hier unten ein Beispiel, dann steht hier, A ist nicht größer als B. Und das Ganze können wir jetzt auch mal ausprobieren. Bedeutet, wir können das Programm, so wie es ist, einfach mal hier importieren. Und können jetzt hier nicht nur sagen A und B, sondern wir definieren uns auch gleich zwei Variablen für A und B. Denn A und B existieren ja so noch nicht. Aber wir können ja einfach sagen, 5 ist jetzt beispielsweise A. Und jetzt können wir beispielsweise auch sagen, dass B zum Beispiel den Wert 7 bekommt. Und 7 ist ja bekanntlich größer als 5, also ist B größer als A. Deswegen ist das hier nicht erfüllt. Wir kommen also niemals in diesen Abschnitt rein, sondern wir kommen in diesen Codeblock hier rein. Ja, also das hier und das hier ist immer ein Codeblock, der ausgeführt wird, wenn es nicht der Fall ist. Und das hier und das hier ist ein Codeblock, der ausgeführt wird, wenn es der Fall ist. Wenn man das Ganze in JavaScript schreiben würde, dann würde hier stehen if, Klammer auf. Oder wir machen es in Python noch ein bisschen einfacher, weil da hat man diese runden Klammern nicht. Und jetzt kann ich einfach sagen, wenn A größer ist als B, Doppelpunkt, ja. Oder in JavaScript wäre es A in Klammern größer als B und dann halt so eine geschweifte Klammer auf. Und diese geschweifte Klammer auf hier, das ist diese Weintraube und die geschweifte Klammer zu, ist hier unten die Melone, ja. Okay, nachdem wir das Ganze jetzt gemacht haben, können wir das ja mal ausführen und einfach mal gucken, ob das Ganze hier funktioniert. Das heißt, wir kompilieren unser Programm wieder und da kriegen wir auch schon einen kleinen Fehler. Und zwar steht hier in Zeile 1, Unexpected Token Integer. Das macht auch Sinn, denn wir haben hier natürlich etwas ganz Elementares in unserem Programm vergessen. Und zwar müssen wir irgendwie sagen, dass es startet, ja. Und wenn wir uns zurückerinnern, müssen wir dafür ein Emoji einfügen und zwar dieses Start Emoji, ja. Das kann man übrigens mit Windows und der Punkttaste auch ganz easy machen. Und hier kann man es jetzt einfach mal raussuchen oder reinschreiben und gucken, ob man es findet. Bei Start findet man es nicht, bei Flag findet man es auch nicht. Ich bin am Ende mit meinem Latein, ich muss es einfach rüber kopieren. Wir müssen jetzt natürlich hier dieses Ding einfügen und müssen jetzt sagen, dass unser Programm startet, ja. Also hier fängt ein Codeblock an, hier unten hört ein Codeblock auf und vermutlich, ich weiß nicht, ob wir es müssen, aber wir sollten es machen, rücken das ganze Ding noch ein, einfach damit wir es ein bisschen besser lesen können, ja. Also alles hier schön zwei Zeichen rein und dann können wir es ganz genau sehen, okay, hier oben geht mein Programm los. Hier ist so die erste Prozedur. Hier auf der Ebene wird jetzt der Code ausgeführt und hier sind jetzt nochmal extra Codeblöcke, die halt nur ausgeführt werden, wenn eine Bedingung eintritt. Und jetzt kompilieren wir das Ding nochmal, denn eben hat das natürlich so keinen Sinn gemacht. Kompilierung war auch erfolgreich, jetzt können wir es auch gleich ausführen und da steht A is not greater than B. Macht ja auch absolut Sinn so. Mit if und else und den ganzen Elementen, die wir davor so angegangen sind, haben wir jetzt schon einiges als Grundlage. Wir könnten eigentlich damit schon simple Programme schreiben, wo man etwas eingeben muss. Das Ganze wird dann irgendwie in einer Liste gespeichert, dann wird noch etwas verglichen und je nachdem kommt dann etwas Unterschiedliches bei raus. Das ist natürlich noch lange nicht alles an Syntax, was es gibt. Das hier ist wirklich eine komplette Programmiersprache, wo es auch noch so etwas wie Schleifen, wie Funktionen, wie Klassen und so weiter und so fort gibt. Aber damit kannst du jetzt auf jeden Fall schon mal einiges machen. Wenn du jetzt gerade noch ganz am Anfang bist, dann war das Ganze hier jetzt eine interessante Einführung für dich. Aber niemand programmiert natürlich in der Realität mit Emoji-Code. Das Ganze hier ist eine sogenannte esoterische Programmiersprache. Heißt, das wurde von irgendjemandem erstellt, weil er es lustig findet. Man könnte damit theoretisch alles programmieren, aber niemand macht es. Die Programmiersprache ist sogar zu 100% kompatibel mit C++. Da gibt es so ein Interface, habe ich noch gesehen. Und dann kann man wirklich alles, alles machen. Man könnte es dann mit 3D-Spiele und so weiter machen. Aber du hast wahrscheinlich auch gemerkt, dass es so ein paar Sachen gibt, die Emoji-Code jetzt auch nicht so attraktiv machen. Zum Beispiel ist es so, dass das Ding erstmal standardmäßig, soweit ich es gesehen habe, laut Dokumentation, nur unter Mac und unter Linux funktioniert und nicht unter Windows. Und jetzt erstmal ein komplettes Linux oder so ein Windows-Subsystem für Linux. Wie wir es jetzt gemacht haben zu installieren, ist natürlich ein bisschen nervig. Und du hast auch gesehen, dass bei der Installation am Anfang erstmal ein paar kleine Sachen schiefgegangen sind und dass wir hier und da noch so ein paar extra Dinger installieren mussten. So etwas ist zwar immer bei der Programmierung ganz normal, aber ich empfehle dir als Anfänger einfach mal mit JavaScript, mit HTML und CSS anzufangen. Guck da einfach mal das Tutorial auf diesem Kanal an. Damit ist es auf jeden Fall deutlich leichter, den Einstieg zu schaffen. Und die Programmiersprachen sind halt auch so verbreitet, dass du zu Fehlermeldungen garantiert immer eine Lösung findest. Das hat hier jetzt auch ganz gut geklappt, aber bei Programmiersprachen, die sehr verbreitet sind, funktioniert das Ganze natürlich noch um einiges besser. Ansonsten schau dich natürlich gerne auf diesen Kanal hier oben. Hier gibt es jede Menge Tutorials zum Thema Programmieren lernen und wie man am besten damit startet. Und wenn du jetzt schon ein bisschen weiter bist, schon ein paar Tutorials gemacht hast und gemerkt hast, okay, das macht mir Spaß und du willst das Ganze gerne beruflich machen, dann klick einfach mal auf den Link ganz oben in der YouTube-Beschreibung. Dort kannst du ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns vereinbaren zu unserer Weiterbildung zum Entwickler bis hin zum ersten Job. Und da können wir auch einfach mal am Telefon besprechen, ob wir dir weiterhelfen können und ob die Weiterbildung in deinem Fall Sinn ergibt. Ansonsten sehen wir uns natürlich wieder im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen, dein Yunus.